In diesem Video zeige ich dir jetzt ein Instagram Tipp, wie du in deiner Story ein Bild hinzufügen kannst aus deiner Fotogalerie. Legen wir los. Ich mache einen Screenshot von der Story. Gehe hier raus. Fotos. Hier ist ja jetzt das Foto. Einmal hier drauf. Kopieren. Zurück nach Instagram. In meiner Story. Ich labere jetzt irgendwann bla 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 bla. Und jetzt gehe ich auf AA. Einsetzen. Und dann kommt das Foto. Und dann könnt ihr auch noch Sticker hinterlegen. Das war's. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nacharbeiten.